Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen als offizieller Mensch. Ich bin jetzt im Zuge nach Wien. Für alle Leute, die es interessiert, was sie tun in Wien. Mein Handy ist kaputt, iPhone-Type, das weiß man eh schon, das muss man jetzt in Kanada sagen. Das lasse ich jetzt reparieren, ich hoffe mit nicht so viel Kosten. Das wird schon was werden. Und ja, das ist halt einmal so. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Video. Ich versuche es schön, wenn möglich, zu gestalten. Wenn es nicht so ist, tut es mir leid, ich versuche es. D. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So Dala, ich bin da jetzt fertig, mein Handy ist repariert und alles ist super. So Dala, das war jetzt ein kurzes Video heute mal wieder. Ich weiß, es war wahrscheinlich besonders spannend. Es tut mir leid, jetzt werde ich noch eine Runde Euro-Tag-Simulator spielen. Für die Leute, die mich gut kennen, wissen, dass ich eher solche Spiele spiele als wie Fortnite oder was weiß ich was. Aber ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Entweder es kommt noch irgendwas Spannendes oder das nächste ist einfach das Skifahren, was ein bisschen verspätet halt natürlich dann hochgeladen wird, weil ich dort, wo ich bin, nicht meinen PC mitnehmen kann zum Schneiden. Und mein Laptop hat keine perfekte Leistung. Das tut mir natürlich leid, aber ich werde versuchen, vielleicht trotzdem irgendwie Videos zu produzieren. Schauen wir einfach einmal. Und ja, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.